Hallo! So. Geht das mal weg? Ja. Wir müssen jetzt erstmal... Genau. Dann nehmen wir den mal schon weg. So. Ja. Machen wir jetzt das lauter? Ja. So, für euch angenehm wird. Mach mal die Dinger auf. Mach mal die Dinger auf. Mach mal die Dinger auf die Geschenke. Ja. Wir machen hier mal... Ihr könnt hier drauf drücken. Hier. Auf Star VIP. Und dann kommen hier so zwei Geschenke. Fame. Geschenke. Die macht ihr auf. So. Machen wir. Klar kickt ihr das weg. So. Wir machen hier erstmal das Geschenk auf. Ja. So. Und ein Schal. Gut. Dankeschön. Ja. Dann gehen wir mal hier auf mein Profil. Gucken wir, ob es neue Sachen gibt. Oh. Abigal. Schauen wir mal auf. Vielen Dank. Neue Schuhe. Yay. Dankeschön. Sehr schön. Können wir uns nicht umziehen. Oder? Ja. Also ich begrüße Abigal. Ja. 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 Abigal. 144. Dankeschön. Für... Dein Geschenk. Dankeschön. So. Ähm. Ja. Dann gehen wir uns erstmal schön umziehen. So. Zieh mal den Toban auf. Hm? Zieh mal den Toban auf. Die ist, die ist ähm. Achso. Die Tigertäter. Ja. So. Was könnte denn so passen mit den neuen Schuhen? Rot. Ähm. Zieh mal den Schwarzen an. Mhm. Dann. Ähm. Zweite. Ja. Zieh mal an. Mit den roten Schuhen. Also wir haben hier schon eins, drei, vier, fünf Paare. Dankeschön. Die Leute, die das uns gegeben haben. Dann darf ich mal? Mhm. Dann gucken wir mal. Ja. Du sagst? Nein. Machen wir mal das einfach. Ich glaub das ist besser, oder? Äh. Ich weiß nicht. Oder das schwarze. Das schwarze. Ja. Und dann, jetzt gehen wir auf Accessoires. So. Und dann, guck mal, die ist... Ja, das ist die Tigertäter. Echt? Ja. Zieh mal das an. Nein. Irgendwie so auf Paschen oder so. Das ist nochmal eine Blase sogar. Und? Hm? Nein. Das sieht man da wieder nicht. Egal. Ja. Dann ist das noch gut. Riecht man ganz leicht. Ja. Egal. Dann machen wir das erst mal so schön so. Gut. Ähm. Dann müssen wir nochmal gucken. Wir sind jetzt Level 4. Wir können natürlich noch nichts schenken. Das heißt, wir müssen erst auf Level 6 kommen. Dass wir euch was schenken können. Ja. Wir tun hier gerade ein bisschen so. Jetzt. Also. Wir wollten euch auch einen Film machen. Mit bestimmten Personen. Die das auch. Wollten. Ja. Unsere Filme. Aber wir machen jetzt erst mal einen... Vordrehen. Nicht Vordrehen. Nein, wir machen nicht einen Film. Warte. Was sollten wir machen? Looks oder Filme? Machen wir erst mal einen... Ja, einen Look. Ja. Warte. Nein. Machen wir dann. Ja. Wir machen das nachher. Okay. Mal einen Look von... Äh. Ups. Hier vorne. Also Monia. Hier. 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 Hier nochmal eine Freundschaftsanfrage. Und dann... Und dann... Ein Look. So. Also es hat nicht viel... Ah. Es ist genauso wie vorher. Willst du noch? Ach, sie hat Augen genommen. So. Also wir schreiben ihr jetzt mal, dass sie live dabei ist. Ich glaub, sie wird sich freuen. Entschuldigung. Ich trinke das mal was. Ja. Wir essen auch nebenbei. Bon Mon. Ja. Es ist glaub ich nicht so gut. Ja, aber ich hoffe, ihr versteht uns. Ich glaube, sie hat doch vorhin bei mir gegen geschrieben, dass sie einen Film macht. Ja, lassen wir sie erst mal machen. Okay, dann gehen wir auf Aktivitäten. Oh, Fame. Bestellung bewertet. Oh, 13. Oh, mehr Fame für uns. Mehr Fame, um, dass wir euch schneller was schenken können. Ja, ihr könnt doch uns gerne Autogramme geben. Würde uns sehr freuen. Damit können wir nämlich dann euch auch sehr viele Sachen schenken. Ja, okay. Wir wollten auch ein Spieler gerne auf euren Spiel spielen. Ah, wir wollten euch noch was ankehlen. Und zwar, es gibt jetzt drei Kanäle. Das ist unser Hauptkanal. Also nicht Kanäle, sondern Movie Stars. Genau. Darf ich erklären? Ja. Es gibt drei Movie Stars. Der hier, der wird alles gemischt sein. Haupt. Ja, Haupt. Der Haupt, der wird all gemischt sein. Alles Mögliche. Alles Mögliche zusammengewürfelt. Der zweite ist, das ist meiner. Auf dem habe ich eine kleine Hilfe. Hilfe, also zum Beispiel, ja, Hilfe zum Spiele spielen. Nicht Spiele spielen. Mit Spiele spielen halt und Movie Star, Movie Town, alles zum Erklären und sowas. Da ich ja VIP bin, kann ich ja mehrere Sachen machen. Zum Beispiel einen Club erstellen, was wir jetzt auf diesem Hauptkanal nicht machen können. Und zwar, und ich habe dann auch noch eins privates und das ist, wir sagen euch auch gleich den Namen. Und zwar, und zwar haben wir, ja, haben wir, also, wie soll ich sagen? Ja, auf meinem Kanal tun wir Looks erstellen, ähm, ihr könnt auch Fragen beantworten. Genau, Fragen beantworten war das. Genau, das habe ich gesucht, diesen Wort. Fragen beantworten und Looks erstellen. Und hier machen wir halt auch alles Mögliche. Ihr könnt auch jetzt sagen wir euch den Namen. Ich schreibe es auch nochmal hier in die Kommentare, falls ein paar das wundert. Nein, du schreib es einfach unten in die Infobox rein. Ja, und wir können es auch hier in die Kommentare schreiben. Nein, nicht da in die Kommentare schreiben, wir sind die Infobox, da kann man es einfach lesen. Ja, das ist trotzdem, ich schreibe es trotzdem hier in die Kommentare. Also, Funky, das ist mein Account, Funky 6, also den haben wir auch Geschenk gekriegt, den Account sozusagen. Und ihr ist es, oh, Brand, bitte, Schaller. Nein, lass mich schreiben, ich kann das besser. IE. Lass mich schreiben, ich kann das besser schreiben. Warte, das soll ein Abstand sein. Das ist nicht mehr dein. Lass mich machen. Nein, ich mache es schon. Sag halt, ob es richtig ist. Hier. So. Ja, ich glaube ja. Und gibt es einfach mal einen, wenn nicht, dann, ihr wisst ja wahrscheinlich, wie schon gesagt, ich kann meinen nicht schreiben. Ich kann meinen nicht schreiben, ich weiß auch nicht, warum, das wird bei mir immer zensiert. Nein, du suchst es gar nicht so. Wir schreiben es dir unten in die Infobox rein, meinen Namen, dann können die das lesen, weil, wie ihr seht, zensieren die das. Und falls, wenn ihr es gerade gesehen habt, ihr könnt das einfach auf die, ähm, einfach auf die Proze drücken, dann könnt ihr das auch sehen. Ja, wir essen Tic Tac. Hey, ich will auch einen gelben. Es gibt grün und gelbe und die gelben schmecken besser als die grünen, weil die grünen ein bisschen scharf sind. Ja. Könntest du auch mal über Tic Tac zu reden? Okay. Das interessiert euch nicht, aber so brauche ich halt so ein bisschen. Gut, was ich bin? Auf jeden Fall, wir wollten euch bei Quiz helfen. Ein paar wissen nicht so gut die Fragen. Was denkst du, ich? Ich habe vorher voll schwere Fragen gehabt, als ich mal aufgenommen hatte, habe ich gemettet aus dem Quarz, Rohstoff, Eisen, Kohlenstoff. Wir wissen auch nicht alles, aber als kleine Hilfe halt. Ich habe in meinem Hilfe-Video auch gemacht, weißt du? Oh, haben wir richtig? Ja. Oh, also, ja nie. Okay, jetzt echt. Welcher Planet wird der blaue Planet genannt? Das weiß ich. Ja, aber deswegen dauert es auch so lange. Jetzt wieder ran. Ähm, Australien. Sydney. Die Hauptstadt. Könntest du auch mal wieder draufzudrücken? Entschuldigung. Das war lustig. Sorry, dass wir... Ich bin schon geteilt. Nee. Kan- Berana. Also, wer war der erste Präsident-Kandidat, der Oprah Winfrey unterstützte? Wer macht Patricia Aguete am meisten Tag? Äh, was? Wer? Äh, okay. Äh, keine Ahnung. Ich habe so richtig... Ich habe geraten. Okay. Klappelt. Wer ist die... Was ist die Quadratwurzel? Was ist denn das? Frag deine Mama. Geh, schnell. Geh auf. Sieben. Sieben. Unsere Glückszahl. Sieben mal sieben sind neunundvierzig. Hm. Beyoncé wünscht sie wäre reich, ein Junge. Oder erwachsen. Ich glaube, ein Junge war erwachsen. Ein Junge? Wirklich? Komm, wir auf. Welche Stadt in Indien wurde er... Michael Jackson geboren? Echt jetzt? Der wurde in Indien geboren? Dem... War das grey? Er ist nicht grau. Welche Schauspielerin hat daheim kein Fernsehergerät? Liv Taylor? Liv Taylor. Nehmen wir das mal. Vielleicht schon ziemlich bekannt. Nein. Wir haben auch nicht immer alles richtig, aber... In Westphal wird es ja... Monaco, ein Zirkus... Glaube ich. Also ich finde Zirkus klasse. Ja, wenn wir ein bisschen früh sind, wir sind immer so... Wir mögen halt Schwarz. Ein Auto rennen? Zirkus ist doch viel besser! Okay. Wer hat Tom Zabers bester Freund? Huckleberry Finn? Wie heißt er Zabers? Jones. Jack Jones. Huckleberry Finn heißt er. Ich hab das gewusst. Was heißt der erste Mal, wo ein Film der Öffentlichkeit gezeigt wird? Eine Premiere. Wer kann er jetzt noch... Wo, wo, da oben? Ja, das obere, das obere. Mozart. Nein. Also, A und Es heißt unser Anfangsbestabe. Das kennen Sie mich so weiter. Das ist der Neptun. Neptun. Was bedeutet Motion Picture? Für Zeichendrück für... Mach Zeichendrück. Zeichendrück. Motion Picture. Nein, Zeichendrück. Doch, ich wusste es! Mann! Wie eine Sprachprobe. Ich hab Spielerin Kamera genannt. Probeaufnahme. Ja. Ein Headshot. Noch einmal haben wir gewonnen. Oder zweimal. Wer? Kleinst Vogel. Äh, der Kolibri. Ich hab heute... Ach. Weißt du noch? Ich hab heute früh... Ich hab heute so schnell geredet, dass... Oh! Yay! Ja, bekomme ich Geld. Fame, fame, fame. Viel 500. Fohmbab. Oh! Wie viel fehlt uns noch? 1000. Oh, guck mal. Ähm, mach mal Freund. Solange wir keine... Ähm, feste Freundschaftsfragen kriegen. Nimm die beide mal an. Also gut. Dann drehen wir erstmal schön hier im Rad. Hallo? Fünf! Wir kommen... Wir kommen uns am Ziel näher. Ja. Ja. So, dann gehen wir erstmal hier schon raus. Zeigt das mal. Ja. Und das war's jetzt erstmal. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Und dann sehen wir mal... Vielen Dank.